nauf, nauf, nauf immer schöner Wald nauf, nauf, nauf nauf, nauf, nauf nauf, nauf, nauf nauf nauf, 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 nauf nauf, 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 nauf nauf, 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 nauf nauf, nauf, nauf nauf, nauf, nauf nauf, 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 nauf So, aber jetzt, jetzt gäbe es nicht es geschafft, zumindest was die Höhe angeht. Ich will jetzt ein Bier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte ihnen scheißegal, das geht ja gar nicht. 19 Grad, das ist ein Traum. Und ein Mosch vielleicht zum Bier. Ein ukranischer Baum. Das Problem ist halt die Nachsaison, weil da schon viel zu ist. Aber heute ist eigentlich Feiertag da. Da müsst ihr doch jetzt da beim 5 Kilometer rüberzahlen was gekriegt. Auf 1100 Meter und es geht immer noch hoch. Sehr fix. Aber dann. Schön. Auch schön auf Asphalt. Muss man auch mal laufen. Ich habe gedacht, es geht jetzt nicht mehr hoch. Kurva. Ey. Und wie. Und ich wollte eigentlich mal zur Elbequelle. die ist da über den Hügel drüber. Das wäre schon gegangen, aber das ist polnischer Nationalpark. Und da ist Fahrradfahren verboten. Und schon habe ich es gestrichen. Dann müssen wir jetzt zur Baude kommen. 500 Meter. Hoffentlich gibt es da was zu essen. Endspurl. Wo wollen denn die alle hin? König. Da! Oh, er sieht, und Leute! Da! Ja, da! Da, da! Ja! Das ist ein Verbeugier! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, das ist jetzt das Mummeldol. Da werde ich wohl nicht alleine sein, gemäß dem Mummelfall. Ich freue mich. Spiro, hast du gehört? Allmicht, allmicht, allmicht. Vier Köder dabei. Allmicht, allmicht. Allmicht, allmicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, das ist voll frisch, aber besser wie gestern. Okay, das ist voll frisch. 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 Vielen Dank. Hey. Cool. Hallo. Cool. 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 Vielen Dank.